. 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 Die Frauen sind heute zwischen 55 und 70 der grösste Teil und das ist ein Leistungstraining, pickelhart. Bei Toni habe ich genau das gefunden, was Kraft, Beweglichkeit und Koordination trainiert. Mir gefällt es, dass ich wöchentlich ein ganzheitliches Training habe. Für einen Körper, für alles, einfach rundherum. Und ein Trainer, der immer das Letzte aus einem heraus holen will und manchmal auch kann.